Was ist eigentlich Anime? Als Anime bezeichnet man aus Japan stammende Zeichentrickfilme und das Wort selber leitet sich vom englischen Wort Animation ab. Typische Merkmale für Anime sind die großen Augen und der vom Manga beeinflusste Zeichenstil. Der erste Anime wurde 1907 produziert und war ein 3 Sekunden langer Clip, also der hier. Wow. Das war der Ursprung, aber die erste Aufstrahlung in Deutschland fand erst 1968 statt. Leider gilt Anime hier in Deutschland wegen erfolgreichen Serien wie Heidi oder Pokémon als Kinderkram. Aber nur weil etwas Zeichentrick ist, muss es nicht für Kinder sein. Anime werden für alle Altersgruppen produziert und Filme wie Chihiros Reise ins Zauberland und Paprika sind einfach Kunst. Schaut ihr gerne Anime und welcher ist euer Platz 1?